Wie fällt mir ein Bündel von Motivationen ein, die Kirche zu verlassen? Als allererstes die Lage überhaupt, ständig neue Skandale, dieser Missbrauchskomplex, der uns beschäftigt, der uns sehr nachhaltig erschüttert, aber auch Unzufriedenheit mit katholischen Lehrpositionen, Enttäuschungen über Amtsträger, vielleicht einfach auch manchmal nur die fehlende Beheimatung in der Gemeinschaft der Kirche, wo nichts mehr ist, was trägt, wo die Bedeutung geschwunden ist. Warum soll ich eigentlich noch zur Kirche gehören? Und nicht zuletzt, manche denken wahrscheinlich auch ans Sparen und sagen, Kirchensteuer, das kann ich mir locker sparen, das braucht es nicht, da trete ich lieber aus. Also ein ganzes Bündel von Motiven, warum jemand sagen kann, ich trete aus der Kirche aus. Ich persönlich finde katholisch sein schön, trotz all der großen Herausforderungen. Und ich werbe dafür, Kirche nicht nur als die Institution zu sehen, an der man sich reiben kann, diese Institution mit Menschen und Strukturen, die fehlerhaft sind, die immer wieder Fehler machen, die auch reformbedürftig ist, überhaupt gar keine Frage. Aber ich lade immer dazu ein, den Mehrwert der Kirche in den Blick zu nehmen. Kirche ist gelebte Gemeinschaft. Kirche hat eine Botschaft, diese Welt besser zu machen, auch in ihrer Gebrochenheit. Und ich persönlich habe das in meinem Leben erfahren. Ich habe noch nie auf einer Kfz-Zulassungsstelle oder von irgendeinem Verein gesagt bekommen, Mensch, du bist gewollt, Mensch, du bist geliebt, Mensch, du hast Zukunft. Tu dich mit anderen zusammen und gestalte sie aus dem Glauben an Gott heraus, dem du dein Leben verdankst und der dich in die Zukunft führt. Für mich ist dieser Gedanke immer noch so wichtig, dass ich bleibe, allen Umständen zum Trotz. Ich war ja Pfarrer hier im Hamburger Nordosten und habe mit einigen Menschen zu tun gehabt, die sich mit dem Gedanken getragen haben, aus der Kirche auszutreten. Mit denen habe ich sehr, sehr intensiv gesprochen. Mir war und ist immer wichtig, zunächst mal zuzuhören. Was sind denn die Motive? Was sind die Probleme? Was sind die Verletzungen? Die Enttäuschungen? Weil ich möchte, dass die Kirche auch von diesen Menschen lernt und dass sie bereit ist, umzukehren und auch Leute, die ausgetreten sind, nicht aus dem Blick verliert. Weil oft teilen die den Glauben weiterhin und auch die Werte, für die die Kirche eigentlich steht. Ich werbe dafür, trotzdem zu bleiben, weil ich sage, nur wer bleibt, kann auch in der Kirche was verändern und voranbringen und zwar in einer möglichst starken Gemeinschaft. Und ja, das klingt vielleicht überheblich, aber jeder, der geht, schwächt natürlich die Gemeinschaft. Und ich möchte, dass wir möglichst stark werden in der Gemeinschaft, denn die Herausforderungen und die Probleme sind echt riesig und da brauchen wir jeden und jede.